Warte mal, irgendjemand redet mich grad an. Warte mal, du hast jetzt den Scheiß noch nicht zugeschickt, oder? Nein, noch gar nichts. Nein, nein, nein. Ich stehe jetzt noch mal schnell weg. Ist es die Wache oder so, oder was? Nee, die Hotze suchst noch mal ihn durch. Nicht so. Fuck. Okay, jetzt. Jetzt kannst du den Scheiß zugeschickt. Jetzt? Okay, gut. Gut. Dann geb ich dir mal die Sachen so. Ah, ein Sahne-Prinz. Okay. Lade kann ich sie kein zweites Mal beklauen. Weil ich... Weil ich, äh... Höheren Level im Klauen sein muss. Aber ich möchte diesen Ring haben. So, wen können wir noch... Wollen wir gleich jetzt in den Kampf gehen? Wir brauchen... Ich brauch ein bisschen Action. Ja, ich auch. Hier, voll die Langeweile hier. Warte, ich weiß einer, dass einer von hier hätte, äh... Hat noch die Bücher für dein Wasserzeug. Okay, ja, ja, ist nicht schlecht. Oh, oh, oh. Weil ich will nicht mehr Dimensionsbolzen nutzen. Weil ich will nicht mehr Dimensionsbolzen nutzen. Oh, ich bekomme noch mehr... Oh, ich bekomme noch einen... Oh, ein bisschen. Ha! Der Royal Beast sah... Äh, okay, gut. Ähm... Hier, ich glaube, das war diese Tante, die hier rumläuft und heult. Die blaue, die blaue Echsen-Tante. Da! So, genau, sie hat... Genau, sie hat... Genau, sie hat... Genau, sie hat... Ja... Oh, irgendein Typ streicht mich an. Ja, der gibt dir eine... eine Questaufgabe. Nimm sie an, das ist diese Quest mit den... mit den Krokodilen. Schlafsack, gleich der Helm. Den Helm muss ich klauen. Oh, du... So, ich habe die Quest angenommen. Ah, ich renne jetzt zu dir. Warte, Moment. Ich muss kurz weg, ich muss kurz weg, weil ich was geklaut habe. Ich muss ganz kurz weg. 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 Jetzt sehe ich aus wie so ein Indianer. Ja, sie hat haufenweise Wasserscheißes. Ja. Wasserscheiß. Hast du bei der einen echt 500 Gold geklaut? Nein, ich konnte leider nur 300 klauen. Mehr, mehr hat, mehr hat meine Fähigkeit nicht erlaubt. Ich glaube mal, sie steht perfekt. Das Problem ist, da ist ein Zwerg, der sich hier... Ja, dann kümmere ich mich um den Zwerg. Warte, 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 warte. Der hat jetzt den Diebschild gemerkt. Wird nicht so etwas über dich und ich, Greti. Er durchsucht mich. Ja. Ich muss sagen, es sind sehr viele rektale Durchsuchungen hier. in diesem Camp. So. Hm. Ach, das ist komisch. Und seitdem diese beiden angekommen sind, wird sehr, sehr viel gestohlen. Lass mal die Leute hier überfragen. Wir müssen sie, IGTV, warten, bis sie IGTV im Zelt oder so drin ist. Im Zelt ist sehr, sehr gut. Ja, ist im Zelt. Ja, aber sie muss sich umdrehen im Zelt. Sie muss sich umdrehen. Warte, warte, warte. Warte, warte. So. Okay. Ne, ich kann besser stehen. Was? Hör auf damit. Oh. Warte. Verdammt. Okay, Moment. Ich muss dir was schnell, ich muss dir was schnell geben. Ich muss dir was schnell, ich muss dir was schnell geben. Okay. Warte. Nein, wer ist nicht beschäftigt. Okay. Achso, warte, 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 warte. Moment, Moment. Du musst irgendein Gespräch beenden. Irgendein Gespräch muss beendet werden. Ja, ja, ich mach grad. Ja, mein Hauptcharakter ist jetzt frei. Sahneprinz. Oh, fuck. Sie durchsucht mich. Durch Sahneprinz. Ich versuche es, aber der Charakter ist beschäftigt. Sahneprinz ist nicht beschäftigt. Warte. Scheiße. Du hast mehrere Leute beklaut, auf einmal. Versuche ich in der Situation rauszureden. Guck mal kurz, was man Reiß macht. Ah. Nein. Nein, nein, nein. Scheiße. MJ, komm zurück. Ah. Scheiße. Gültiges Ziel. Okay. Ups. 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 Ah. Scheiße. Ja, mein Reiß braucht noch... Was zur Hölle ist hier passiert? Sie hat mir angegriffen. Warte, ich könnte neu laden. Warte. Warte, das war der letzte Save? 016? Ja. Ja, verdammt. Das war so... Das war so... Ah, das war richtig dämlich. Ja. Sie durchsucht... Das ist ihr Zelt. Sie durchsucht das auch. Deswegen hab ich gar nicht daran gedacht. Okay, gut. Gut, gut, gut. Sie müssen sich ein bisschen beruhigen, wir alle. Also... Die blaue steht jetzt gerade perfekt, finde ich. Ja, ich muss schauen, ob ich da... Ob ich da, äh, rein kann. Also, ob ich da ran kann. Ach, verdammt. Hier steht nicht mehr perfekt. Ich muss irgendwie... In den Diebstahl bin ich, äh... Bei einem Scheiß... Fucking Zwerg... Bin ich auf der Scheiße rausgekommen. So. Die blaue steht jetzt perfekt. Okay. Ich muss kurz warten, bis sie sich alle beruhigt haben. Hört auf, mein Charakter anzusprechen. Der gelbe Typ, der... der den richtig hier raus... Raus... Alle sind richtig sauer. Nein. Nein, 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 nein. Er hat mich gesehen. Er hat mich so... Alter! Ich versuche ihn anzusprechen. Ich versuche ihn anzusprechen. Ich versuche ihn anzusprechen. Ja, nein, 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 nein. Trenn weg. Ich spreche ihn an. Der hat voll die Verfolgung. Sie hat angefangen. Okay, gut, äh, okay. Schick mir den Cloud Scheiß zu mir. Moment. Okay, beende das Gespräch. Beende das Gespräch. Ob er noch weiter hinter mir hinterher läuft. Beende das Gespräch. Mal schauen. Warte. Warte, äh. Dann schick das auf, äh... Ifan. Schick's auf Ifan. Ich kann es einfach nur fallen lassen. Äh, schick's auf Ifan. Schick's auf Ifan. Sonst... wenn es fallen lässt jetzt nicht mehr aufheben doch ja das die cloud aber ist egal so lange ist solange er das nicht in meiner hose findet ist es alles in der ordnung ok kurz jetzt mal die blaue schnalle ja und ich muss den zwerg ablenken der nervt ja richtig was sind wir immer noch so also warte warte ja er weiß was ich mache er geht durch hier ist auch eine truhe oder hat die claudy mal ich habe jetzt alle abgelenkt warte ich tue kurz ich kurze kurzen helm in die da hinein ok gut so sind der zwerg ist abgelenkt die teils abgelenkt das ist eigentlich alles klappen die eine schnelle ist rücken zum zelt ich habe so viele sachen die gestohlen sind ja dann schickst du mir rüber ich werde nicht zu sicher ok na obwohl das ist dumm ich werde gleich durchsucht nach der ja warte ich weiß ich weiß mit wem ich handeln kann ich verkaufe auf die ganze ganzen gestohlen sachen an sie und in den helmen den haben wir haben habe ich einfach kurz weg ich habe das noch nicht wo ist der ganze kack wo ist der ganze kack hier kommt an der da diesen gehörten so das ist ein super kack hähnchenbein sollte die ganzen hähnchenbeine stehen Du kannst immer noch nicht glauben, dass du mir hier überredet hast, dass ich Hydrosop nehme. Scheiße. Als Untoter. So, als würdest du als Kind den Skill lernen, ertrinken. Ich halte seit Ewigkeit die Leute auf. Okay. Okay, okay. Ich hoffe jetzt, Klotz, warte ich. Du musst auch ständig warten, weil dein Ofen brennt oder ich weiß auch nicht, weil du da Hunde kochst. Währenddessen hättest du alles mögliche machen können. Okay. Regen, Hagelschlag, Frostrüstung, das sind die wichtigsten Sachen. Okay, gut. Schlafsack klauen, ja? So, Regeneration, nee, Hagelschlag, ja? Ja, Hagelschlag, Regen und Frostrüstung. Okay, soll ich auch noch die T-Shirts klauen? Ja. Ja. Miau. Das gehört. Ja. Okay. Ich bin weg, 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 ich bin weg. Oh. Jetzt, jetzt lassen sie mich noch durchsuchen. Warte, ich geb dir die geklauten Sachen ganz schnell. Nein, nein! Oh mein Gott, scheiße, ja. Ich möchte nicht, dass er das anzieht. Hä? Ach so. Was? Wieso durchsucht er mich nicht? Mag er mich? Wahrscheinlich. Bis voll seinem Boy und so. Ich bin voll der Boy. Ah, schick mir noch nicht die Sachen. Ich glaube, er wird mit durchsuchen. Nee, kannst mir die Sachen schicken. Yes, do. Okay. Gut, dann schiebe ich das hier alles rein. Geil. Äh, ja. Okay. Brauchst du ein, äh, Shirt mit zwei Rüstung? Hey, ich hab ne, äh, Shurken gefunden, die Shurken Fähigkeit hat. Nice. Geht's mir dann. Ach so, ich weiß, wo sie ist. Es wird unmöglich sein, sie zu beklauen. Ja, da sind über Leute drum rum, ne? Ja. Es ist wirklich, es ist wirklich... Warte, wir gucken mal, wie sie geht. Sie hat bestimmt so ein, so ein Natsch-Schema. Das Problem ist, da oben stehen zwei Frauen. Warte mal. Hä? Wieso redet jemand mal? Oh, ich hab ausversehen, glaub ich, was aufgenommen. Ausversehen? Oh, scheiße. Ja, aber er hat nur gesagt, das gehört euch nicht. Und ich so. Okay. Ja, das ist sehr, sehr nervig hier. Ich hab auch schon 10.000 Mal hier irgendwo reingegriffen. So, da oben stehen zwei Frauen. Eine schaut, glaub ich, immer die ganze Zeit weg. Und die eine läuft hin und hier. Warte mal kurz, ich muss meine Kehligkeiten vergeben. Äh, K war das. Ähm, das mache ich auch. Das hier? Du musst, äh, du musst, äh, die eine, die eine ablenken. Sonst, äh... Ne, warte, 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 warte. Ich bin, ich bin noch grad dabei, äh, Fähigkeiten zu vergeben. Achso. Weil, ähm, ne? Weil, ähm, ne? Ah. Du musst... Ah, verdammt. Ich kann nicht so viele Fähigkeiten auf einmal haben, aber... Ne, ne, du, äh, das geht nicht. Du musst dann eben, äh, du musst auch, äh, die Möglichkeit skillen, dass du mehr Slots hast. Ah, welche Fähigkeit ist denn das? Slot-Fähigkeit, oder wie heißt die? Ich, halt, muss ich gleich nachschauen. Slot. 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 Die andere Frau? Komm zu mir hoch. Komm einfach zu mir hoch. Ich lenke schon die eine Frau ab. Die eine lenke ich ab, genau. Und jetzt kommt, jetzt macht sie sie wieder eine Runde und dann muss sie in dieselbe Richtung schauen, wie diese Frau, die jetzt hier steht. Eine Frau? Das da? Neben dem Zwerg? Ja, ja. Das ist eine Frau. Okay. Sie heißt Butter. Natürlich ist sie eine Frau. Welcher Typ heißt Butter, bitte? Okay. Genau, genau sie. Sie muss in die selbe Richtung schauen, wie die Frau. Ja. Nein. Sie blickt quasi, sie müssen nebeneinander stehen. Das geht nicht. Okay. Sie steht mitten im Blick. Voll im Blick. Voll keine Ahnung, aber okay. Ah, toll, jetzt läuft sie in die falsche Richtung. Ah. Ich dachte, du willst die Frau da unten beklauen. Ja, ja, will ich ja auch. Warum können wir das nicht so machen? Weil sie mitten im Blick bei der anderen stand. Sie stand vollständig in ihrem Blick. So kann ich das nicht machen. Okay. Dann warte ich nochmal, dass sie daneben steht, weil es keinen Sinn da gibt. Ha! Sike! Was ist dein Name? Ich bin Butter. Schön, dich zu treffen. Du solltest mit Gräser das nahe, was du... Okay, sie muss noch ein Stückchen weiter. Sie will aber nicht weiter gehen. Nein. Ja, ich muss versuchen... Ach, scheiße. Ne, da bringt das gar nichts. Ne, warte, warte, ich versuch mal. Ne, ich ver... Ich bin nicht mehr im Gespräch mit ihr. Nein, wieso? Weil du sagtest, es funktioniert nicht. Ich konnte... Ich wollte nicht sagen, ich will es versuchen. Aha. Kannst du Butter nicht ein bisschen weiter wegschieben? Nein. Butter steht... Butter bewegt sich nicht. Dann dreh sie doch um. Alter, da wo Butter steht, ist ja total beschissen. Warum kann Butter nicht nach rechts gucken? Äh... Die eine Rennung bis zu Butter, das weißt du, oder? Uh... Uh... Die Potze kommt nicht mehr hoch. Man soll nicht... Ah, die müssen wir auf dem Weg. Sie lehnt vor. Okay, warte. Ich werde kurz die Butter umdrehen. Hahahaha. 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 Jetzt große Butter-Action. Hahahaha. Sie rennt vor uns woanders hin. Sie rennt ganz woanders hin. Hahahaha. Sie wollen uns verarschen. Hahahaha. So, ich hab jetzt die Butter umgedreht. Das ist Wende-Butter. Wo bist du? Komm zurück. Äh, guck dir mal wo sie sie steht. Das ist gar nicht so schlecht. Jaja, komm zurück. Nein, nein, nein. Da wo sie steht, ist gut. Hahahaha. Hahahaha. Jetzt komm zurück. Hier ist voll die Butter-Action. Nee, aber guck mal bei mir. Guck mal bei mir. Die Schnelle ist jetzt bei mir. Was? Und guck mal wo sie ist. Das ist viel heimlicher wo sie jetzt ist. Du bist viel heimlicher. Nee, ist doch nicht so heimlich. Sie ist die Kacke hier. Nee, nee. Ich seh grad, dass viel roter fällt. Walze. Heißt sie Walze? Hinter ihr ist perfekt. Ja, sie heißt Walze. Okay. Okay, ich mache schnell. Sie hat nichts. Sie hat nur Schinken. Das ist die falsche Person. Jetzt? Bist du behindert? Oh, sie hat nur Schinken. Sie hat nur Schinken. Sie hat nur Schinken. Bist du ziemlich behindert? Weil, das ist sie oben. Welche war's dann? Hilde. Das ist Hilde. Und jetzt läuft sie in eine ganz andere Richtung. Wieso bist du nicht da, wo man die braucht? Wieso laberst du Scheiße? Du musst Hilde nicht Walze. Du musst Hilde nicht Walze. Nur weil sie fett ist, musst du sie nicht gleich anbaggern. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Wo läufst du hin? Komm zurück. Keine Ahnung, Mann. Ich habe so ein dämlich. Sie macht schon zum dritten Mal den Kreis und du redest mit der Walze. Weißt du so. Oh, was hast du da? Ein Schinken. Die Walze hat ein Schinken. Das ist jetzt Walze? Ja. Bist du Walze? Nein, auf mit Walze zu reden. Wo ist sie denn jetzt? Unten. Sie quatscht gerade mit, äh, mit Rabenstein. Zum Fotzen. Wir brauchen Hilde. Ich bin immer nur Walze. Du bist die Walze. Da siehst du? Siehst du sie? Hilde? Hilde, okay. Hilde, okay. Genau, jetzt läuft sie gleich nach oben. Ich, ich, ich lenke, ich, die Butter ist umgedreht. Aktion Walze. Nicht Walze. Nicht Walze. Operation, Operation Butter ist umgedreht. So. Läuft sie hoch? Wo läuft sie hin? Wo ist sie? Die steht rum. Die steht unten rum. Ach so. Ja, sie kommt gleich hoch. Oh Gott. Wieso bist du so kacke? Sie jetzt, läuft jetzt hoch. Sie läuft jetzt hoch. Na weh, sie läuft jetzt. Nee, sie läuft nicht mehr hoch. Sie rennt immer nur noch zu Dingseln. Zu der Blondinen. Oh Gott. Sie hat ihren, sie hat ihren Gang geändert. Ja, weil du mit Walze gesprochen hast. Jetzt ist sie eifersichtig. Hä? Können wir die nicht alle umbringen? Na glaub mir. Die sind richtig OP. Die sind enorm OP. Ah. Ich hab's die letztes Mal umgebracht. Aber es war auch ein anderer Schwierigkeiten. Okay, gut. Ja, natürlich. Wir haben sie alle letztens gewonnen. Die gesamte Stadt gekillt. Weil es auf Level Hodenkacke gestellt war. Oh, Mist. Ja, dann müssen wir gucken, wie wir das hier jetzt machen. Ja, ich, ich warte. Also mein Zwerg wartet und wendet die Butter. Oh, das wird gar nichts. Das wird gar nichts hier. Oh, das ist wirklich gar nichts. Oh nein, sie läuft schon wieder hoch. Ich seh grad, alles ist rot. Okay, lass uns. Ja, ja, ich weiß. Warte, 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 warte. Ich hab ne Rede. Ich, ich, äh. Ja, und was bringt das mir? Und was bringt das mir? Ich rede jetzt mit hoffenweisen Mädels. Ja, jetzt, jetzt geht es voll, weißt du. So, so mitten, wenn sie auf mich schauen. So, alle schauen auf mich. Alter, hier ist alles mehr als rot. Das ist periodenrot hier. Wie viel kann das fast, es ist, komm, komm, lass uns hier weg. Komm, wir versuchen das später, etwas später. Wollen wir die, äh, Ninia, Niniatusse angreifen? Du meinst, Ninia meinst du, die die alle umbringt? Ja. Die Echsenmörderin. Sag doch Echsenmörderin. Echsenmörderin, ja. Wo ist der Untote? Ich hasse meinen Typen. Er ist schwul und er fickt Männer. Er ist schwul und er fickt Männer. Wieso möchtest du den Untoten? Das ist ein, ein scheiß Zauberer. Ja, ich auch. Ja. Ihn mag ich nicht. Er rennt ohne Hose rum. Wir brauchen einen Geomancer. Ich habe ihm eine Hose gegeben und er war, glaube ich, nö. Wir brauchen einen Geomancer, das funktioniert ein Untoten-Kack nicht. Ja, ich will ein Untoten-Geomancer sein! Und nicht er! Du kannst nicht Untoten-Geomancer sein. Also, ich wollte Geomancer sein. So, ich quatsche sie jetzt an. Okay. Amid the squalor of four she was of her eyes are focused on a lizard no sooner had you caught me off guard. No one catches me off guard. Who are you? To you I am the push despite the precariousness of your situation. You notice a flaw because it is you see but now I intend to raise the subject with him. She drives in. That makes you a liability. That makes you your death will be slower. She removes the knee. Let's play. Okay. Ich schicke sie nach. Ouch. Hat sie dich angerufen? Ja. Keine Ahnung, was sie gegen mich hat, Alter. Vielleicht weil du zu dämlich bist, in Butter zu wenden. Du warst zu dämlich, in Butter zu wenden. Drehst sie in die falsche Richtung, du Butter, Alter. Glaubst nicht. Alter, was hat sie denn für eine AP, Alter? Ja, viele, würde ich mal sagen. So, äh. Digga, sie ist ne dumme Fotze, hau einfach rein. Ich hab sie aber schockiert. Nein, du schockierst dich selber. Oh, Glück gehabt. Sie ist schockiert, sie ist voll schockiert und so. Ich dachte, du schockierst dich selber wegen dem Blut. Oh, sie ist niedergeschlagen. Sie ist voll niedergeschlagen. Voll die dumme Fotze. So, jetzt bist du mit deinem Bogenschützen. Ja, ähm. Ich hab einen Burgen und ich schütze. Äh, ich kann Leute ermutigen. Du kannst das, ja. Ähm. Ich bleibe. Sie blutet. Sie ist tot. Es ist nackt. Oh, sie hat vegane Unterwäsche. wo ist das ding was ich hab jetzt abgenommen oder nicht ach es ist ja es hat alles der andere genommen ok 3 4 3 4 3 4 und ansonsten hat sie nur stoß mit seiner giftflasche haben nein ja meinetwegen ja aber später das ist endlich mal die karten leute wollen wir die frau essen kann ja das kann leichten teile für mich jetzt lassen wir jetzt noch mal versuchen die mutter ich habe gesehen wie sie gerade hochgelastet bist du sicher dass es butter die butter schnelle diese hilde alter was macht der hier voll die party so ich lenke butter ab ja sie kommen hoch sie kommen hoch ich sollte nach links gucken lassen sie soll sie sollten sie soll quasi von mir weggucken von mir weg genau in diese richtung jetzt ja okay ich wollte den typen die wache die rumrennen ablenken aber das beste haupten ok kludoform ok was ist da noch war es was 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 wieso geht das jetzt ich wollte gerade noch mehr klauen ich wollte eine rüstung klauen kannst du jetzt noch mal klauen ich wollte auch diese kristen klauen aber naja egal so töten wir jetzt endlich mal die karten leute ich krieg das kotzen alter ja so ich hätte ganz gerne ein paar und das ja ich muss mit gut äh treppe hoch was passiert da ach ja diese tante die jeden anquatscht ähm 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 was was da kommt so eine frau hin und die rinz ging zu ivan und ivan sagt so ivan ist ein bär da und so und er so Zwickat ähm du bist die nächste ähm 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 so seid ihr ready weil das sind drei leute und sind ziemlich stark warte speichern warte speichern warte speichern warte speichern Nein wieso Kasse sie du sagst oh seid ihr ready ich hab gefragt ich hab gefragt du musst ja sagen nein nicht einfach rein rennen ja das ist ziemlich ready so so 3 2 1 los und dann so los oh ja los bestätigen los eh gleich abnehmen ne ja Wir müssen die Feuermage wegmachen. Oh Gott, das ist nicht gut. Oh, sie steht direkt hinter mir. Verdammte Scheiße. Was bist du für ein Mann Schurke, Alter? Bist du ein schlimmer Schurke? Hä, Gift? Warum ist Gift? Egal. Wir nehmen das, was wir kriegen, ne? Neh, mal hasse ich dich immer noch, dass ich nicht Geomancer genommen hab, wegen wie ich trotzdem bin. Wer ist denn der Magier, der Typ in der Robe? Ähm, ja. Oh nein! Nein! Es ist gut, dass der Krieger ganz weit hinten ist. Dann muss man sich verteilen. Alter, was geht denn ab, Leute? Okay, sie ist fürchterlich. Meine ganzen Leute werden angezündet. So. Na, ich muss ein bisschen drehen. Okay. Okay. Okay, kann ich hier eine Leiche aufstehen? Nein? Oder nicht? Ne, kann ich nicht. Keine Leiche da. Aber der stirbt glaube ich gleich. Kill, kill den, kill den Kleinen hier. Den, die Schnecke. Kill die Schnecke. Aber ich, vielleicht sollst du zuerst rausgehen. Aus den Flammen. Ich kann einiges machen, wenn der Tag lang ist. Der Tag ist kurz, wir haben keinen langen Tage, wir sind in Deutschland. Der Tag ist auf der Weg. Der Tag ist auf der Weg. Der Tag ist auf der Weg. Bitte kill nur ihn, nicht uns alle. Neee, ich beschwöre mein Viech lieber. Gift Vieh. Okay, das ist gut. Nein, das mache ich nicht. Ich war gerade in der Linie und mich totstelle. Das ist super unnötig. Das ist super unnötige Fähigkeit, weil wenn du wieder aufstehst, greifen sie dich sofort an. Ja, ist so praktisch. Okay, wen soll ich angreifen? Ihn? Den mit vier Punkten, ja, kill den, damit er nicht mehr Sammage machen kann. Okay, sehr gut. Habe ich irgendwie über das Leben angezogen, oder? Au. Unser Krieger. Ganze sieben Schaden, Mensch, Mensch. Ralf, bin wieder Bogenschütze? Ah, okay. Ralf, hier. Ja, der Bogenschütze ist hier dran. Bring ihn aus dem Feuer raus. Bring ihn aus dem Feuer raus. Nein, er hält das aus, er ist Bogenschütze. Und, äh, greift den anderen, den Typen, den hinteren Typen an. Den ganz hinten. Den? Den? Den, ja, den Ralvo, Ralvo. Den Glaskopf. Ja. Er ist verkrüppelt und er ist da angefangen, das ist perfekt. Ich habe ihn verkrüppelt und er kann nicht rumgehen. Nein. Okay, gut. Ähm. Ich kümmere mich, ähm, um, was ist das? Blender Strike, nur um dich, äh, äh, Leiden. Ähm. Sehr gut. So, verwandelt ein Zieh in der Nähe in Stein, äh, er schaltet es aus und bewirkt neun bis, äh, acht bis neun, äh, Erdschaden. Kann man nicht, machen wir aber ganz normal Angriff. Okay. So, ich würde gerne... Hä? Ich, ich, ich Schnecke jetzt bin ich tot, oder was? Ich würde ihn gerne auch entsch... Okay, jetzt. Ex. Ich finde, wir machen uns ganz gut. Ja. Wir sind davon, dass ich meine Kombi überhaupt nicht mag. Klingt voll aus im Ault, Alter. Ähm, greift uns diesen, diesen Glaskopf weiter an. Ja, aber er ist so weit entfernt. Äh, ah ne, geht noch gerade noch. Sehr schön. Ah, Zug beendet. Ja, wir haben, wir haben, wir haben die fertig. Ähm. Ich weiß auch, ob mein Fuß getroffen wird. Oh! Perfekt. Die sind sowas von vergewaltigt. Die sind sowas von vergewaltigt. Oh, du weißt, was fehlt. Aha. Danke! Wir sind jetzt aufgerollt. Ich hab das hier in meiner Niveste. Ich so, ah, was ist denn? Jetzt kannst du den, jetzt kannst du den eingefrorenen kaputt schießen. Äh, wer bin ich gerade? Du bist, äh, der Berufsschützer. Aber ich, ich, äh, ich kann nämlich gar nichts mehr sehen, wirklich. Das ist einfach nur... Sehr gut. Sehr gut. Äh, oh Gott. Ich muss mich heilen. So. Oh, lustig. Einmal hellen. Ich finde, das war der erste herausfordernde Kampf, wenn ich. Also, im normalen Spiel. Ich muss sagen, das war überhaupt nicht schwierig. Ich kann mich daran rühren, dass ich, äh... Ja, ja. Normalerweise war es immer der herausfordernde Kampf. Aber den haben wir ganz gut gemacht, nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass wir gleich von Anfang an Leute mit reingenommen haben, die mit uns herumziehen. Ne, ne. Das hatten wir letztes Mal auch. Ja? Ja. Das Ding ist, wir haben sehr viele Beschwörerviecher. Das dürfen wir nicht vergessen. Ahaha, er kann auch die Treppe hoch! Was? Dein Klumpen, dein Klumpenfleisch ist die Treppe hochgegangen. Also, sie leiden. Wenn du fliehst, wenn du fliehst, der Priester kann das machen. Okay, was machen wir jetzt? Sag mal an. Ähm. Wir müssen doch jetzt, äh, zu diesem Liebesversteck, oder? Wo überall Gift ist, mit den Kröten. Ja. Nein. Kokodille. Du da? Habt ihr gesehen? Ich folg dir einfach mal. Wollen wir, ääh? Ne, das ist nicht. Mal noch ein Blutchen. Ich bin nicht begeistert! Ich bin nicht begeistert! Ich bin nicht begeistert! Ich bin nicht begeistert! Ähm! Ähm. Obara! Er ist nicht zurückgegangen! Äh, heil dich mal durch mit nem Schlafsack! Ich bin vollständig geheilt! Nee, dein Zwerg ist noch nicht geheilt. Achso, mein Zwerg ist nicht geheilt. Ach ja, hast recht. Kannst du ihn nicht heilen? Ja, aber das Problematische ist, wenn du am Rumrennen bist, rennt er dir immer hinterher. Und ich bin so, triff ihn. Hast du Schwierigkeiten damit, oder was? Warte, warte, warte. Ich hab die Eissplitter. Heilung! Ich mein, dann kann er sich nicht bewegen. Nice. Okay, ähm... Wow. Ah nee, das ist jetzt zwei Hände. Ich bin gleich wieder da. Gewaltfertigkeit... Ah, zwei Hände, schade. Äh, drei, vier... Brauchst du noch, brauchst du noch Christo? Okay, das ist allerlei Hohlscherdingen rumschleppern. Okay, jetzt ist es allerlei Hohlscherdingen rumschleppen. Was ist denn da? Lebend, was er jetzt... Schlafsack behalte ich. Spitzhacker, zweihändigen Bogen behalte ich, genau. Und sonst hab ich haufenweise Zeug zu zerfressen. Und, äh... Wie krieg ich den? Eimer. Eimer keinen weg. Okay. Werdespielangebot. Ähm... Alle Waren anbieten. Goldfernig, gleich Werdesangebot mitzusehen. Seit ihr hier gesehen habt, wie wir hier rückwürdig sind? Nicht? Nein. Nein. Ah, nein. Okay, gut. Fan, idiot. Ähm. What do you need? Okay. Ähm. Stand back! My business is with the Red Prince, and he alone. The Red Prince is so beautiful. Ajw. The Red Prince is so beautiful. A bunch of people. Ahem. The Red Prince is so beautiful. The Red Prince is so beautiful. I'm here for you. To the Red Prince. I'm the Red Prince. You remember what I said? No sense in going at this whole mean world alone. Okay. Cowrum, Cockle, Clown. Mm-hmm. I haven't seen you around here before. New? No, 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 no. Oh. Er hat nes Butter, Schweinefleisch, Hintienfleisch, Bullshit. Mit Kokosnussmilch. Klingt nicht nach schlecht. Ah, nee, ist sogar sehr, sehr fett ab. Mmh. So. Also nach, 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 nach Süden. Hast du hier alleine? Sie gibt dir alleine. Ah, ah. Hast du aufs Maul bekommen? Nein, ich versuche wegzulaufen, aber... Hast du geklaut? Ja. Das Problem ist, ich laufe mit meinem Hauptcharakter weg, und wenn ich auf meinen anderen Charakter klicke, der sie ablenkt, dann kommt er jedes Mal zurück. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hallo. Wollen wir jetzt ein paar Raptoren killen oder so? Ja, ja, ich hab das vor. Ich, ich hau gerade bloß mal ein bisschen ab. Ich habe... Ich muss sie vorbehalten, mein Charakter ist nass. Ich habe bloß gerade vier, vier Wiederbelebungsstiftrollen geklaut. Achso, ich dachte, verbraucht ich so. Was war los? Hahaha. Nein, geklaut. Geklaut. Ah, hier war ja ein bisschen was los. Alter, der schratzt ganz schön auf dich zu. Was ist los hier? Ja, ich hab auch so gerade so eine Panik. Okay, wo ist denn die blöden Schiffe schon? Achso, ich glaube, ich glaube... Ich glaube... Okay, ja, ich habe jetzt fünf Wiederblinks gegeben. Also die Exenjägerin hat ganz schön krass ausgeblutet, muss ich sagen. Ja. Warte, ich hole kurz ein... das Fest. What? But I and you smell of burnt. They don't call us supplies. Though I guess Mr. Griffiths the Droudinae. No, it's not the oranges Droudinae. It may be before I adjust so you see. I cannot. I aim to save. Ich habe gerade noch mehr geklaut. Ich habe gerade auch Bücher für Feuer Magie geklaut. Bist du noch da? Was machst du die ganze Zeit? Hallo. MJ. So, hat sich was Neues getan? Ja, was machst du die ganze Zeit? Du bist die ganze Zeit weg. Ich renne noch zum Herd und gucke, was los ist. Wieso? Das ist ein Herd, der wird nicht abhauen. Hast du auch keine Ahnung. Doch. So wie alles in meinem Leben läuft alles weg von mir. Mein Herd ist festgeschoppt. Komm. Ich meine aber nicht. Lass uns zu den Krokodilen. Wollen wir nicht mit Gretchen reden? Mit was? Mit Gretchen, der Toten. Wollen wir die Krabbe beklauen? Ja. Was hat sie unter ihrem Panzer? Krabbe falsch. Warte, hier sind drei Muscheln. Oh, lass mich in Ruhe. Oh, da sind die, da sind die Bastarde. Ja, nicht, nicht zu weit reingehen. Sie haben, wir sind im Kampf. Wir sind wirklich im Kampf. Du bist so dumm, weißt du das? Aber. Du bist enorm dumm. Aber, aber. Ich dachte, die sehen mich nicht in den Punkt. Wieso? Ich wollte speichern, du holen Pratze. Ja, ich auch. Ja, aber deine Mutter hat AIDS und das hast du nicht gespeichert. Warte, nichts machen, warte bis ich im Kampf bin. Ich hoffe, du musst Zeug zu tun. So. Okay. Okay. Gut, wer ist jetzt dran? Bin ich dran? Ne, ich bin noch dran. Achso. Jetzt bist du dran. Nein? Ah, ne, ne, mein Viech ist dran. Dein Wich ist dran. Oh, 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 das ist, ist das der Boss? Ja, das ist der Boss. Toll, jetzt bin ich verlangsamt. Äh. So. Äh. Versteinern. Äh. Blender. Strahl. Blitze. 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 Anstatt mir jetzt zu sagen, hey, wir sind Kritte Kurodine ein paar Meter vor uns. Ich, weißt du, sie läuft so schnell. Kannst dich nicht erinnern, wir haben das Ding schon 10.000 Mal durch. Alter, ich laufe mit 3 kmh. Deine Mutter läuft mit 3 kmh. Das war vor zwei Jahren, Alter. Blitze. Okay. Blitze. Alter, weißt du was geil gewesen wäre? Niogeo-Mantor zu geben und dem anderen Untoten und dann scheiß zu lassen. Blitze. Okay. Schütz. Bible Ausbruch? Nein. Ja, echt. Das ist, wenn Fini zur Arbeit geht. Ja, Arbeit. Nein. Oh, das ist ganz so cool. Verdammten Nacht, ist das riesenvieh dran. Und ich habe keine Magierüstung. Null. Ich weiß ja, ob das so klug war. Voll in sein hässliches Gesicht. Ne, er ist verlangsender durch. Ja, aber der stand im Gift. Jetzt hast du das Gift weggemacht. Ja, Gift ist nicht zu händeln. Au. Alter. Bitte nicht noch einmal ein Geil. Nein. Alter. Bitte noch einmal ein Geil. Nein. Ach, der hat Rüstung und auch alles. Okay, das ist dämlich. Ähm, das ist alles kacke. Hau bei magischen Rüstungen runter. Ja, das versuche ich. Ah, scheiße. Boah. Okay, jetzt bin ich dran. Immer. Na? Nein, ich bin dran. Ach, dein dran. Okay, gut. Pass auf. Oh. Du musst das Vieh-Igit-Vieh. Greif das... Greif das... Greif das fette Vieh an. Greif das fette Vieh an. Du meinst den Boss? Der, der vorne ist? Ja. 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 Beide sind ganz schön fett, muss ich sagen. Ja. Jetzt bist du durch. Ähm, an, an, an. Nicht genügend Pumptocke, oder? Greif, äh, kannst du ihn noch irgendwie verlangsamen oder blocken oder so, dass er irgendwie ohnmächtig wird. Den anderen, den linken. Mit ihm könnte ich erstmal... Also... Ist hier noch irgendwo ein Giftfeld? Ja, links, links vor dem, vor dem linken Krokodil. Oh, da kommt ich glaube ich nicht noch raus. Oh, da, da, da ist es. Ein 30 kleines Stückchen. Ähm. Damit bin ich mein Zug. Weil, ich hab keine AP für irgendwas. Oh, es halte ich. Schön, dass es dich halt. Ja, es hat mich angegriffen. Ich guck's an den Laut. Schön, dass es dich halt. Wundervoll. Das ist das, was wir brauchten, weißt du? Das, was ich nicht brauchte. Ich fand das sehr interessant. Warum ist Kontaminierung so kurzrängig? Geomancer wäre perfekt für mich gewesen. Du hast Geomancer im Team. Ja. Weißt du warum? Kontaminierung hat eine Reichweite von zwei Fuß. Verstehst du, was ich meine? Es bringt mir Dreck. Ja. Es bringt mir selber was. Ah. Kotzen. Ihr seid beide Fernkämpfer. Wir müssen so beieinander stehen. Ja, damit wir Flächenschaden zusammen bekommen, oder was? Ich hoffe, er tönt mich nicht. Oh nein, er tönt mich, oder? Oh gut. Oh gut, er tönt mich nicht. Was, hast du einen Schaden? Wir sollen nebeneinander stehen? Damit wir Flächenschaden zusammen bekommen? Komm. Okay, er ist gelähmt. Super. Ist gut. Ich glaube, du auch. Ich auch? Ja, du hast jedenfalls Blitze auf dir drauf. Ach, scheiße. Das heißt nicht immer, dass es Gelähmung ist, aber... Schockiert. Schockiert bin ich. Ich bin voll schockiert. Hat gut Schaden gemacht, mein Ding. Er ist fast tot, Alter. Jetzt kill den Boss. Kill den Boss. Also, es killt ihr mich nichts, Runde. Ich kann immer nur... Ich kann immer nur einen Toten beschwören, oder kann man mehr so beschwören? Dann wird der andere... Ich glaube, er wird der andere Toten zerstört. Aber einem Bluttoten wäre mir lieber, weil wenn ich irgendwo Blut hinterlässt, dann kann ich mich dadurch heilen. Aber mal schauen. Ne, ich kill jetzt das zweite Krokodil. Ja, mach das. Oh, das ist auch gefroren. Sehr gut. Ah, okay. Falls hier irgendwo Blut ist, kann ich einen Bluttoten machen. Ja, egal. Egal. Töte einfach das letzte Krokodil. Das ist das Wichtige, bevor ich drauf tue. Das ist kein... das ist ein Holztoten. Ja, ich dachte, das ist ein Bluttropfen. Aber ist tot, okay. Ah. Ja. Ja. Ja, ein Krokodilzahn. Wundervoll. Ich hab auch einen. Ja, endlich Leichenteile. Oh. Was ist das? Ups. Ups, ups, ups. Verklickt. Upsi-Daisy. Upsi-Daisy. Miau. Die Katze Miau. Muschel. Ah, ich kann mein Viech zu einem Fernkäufer machen. Ja? Ja, dafür brauche ich aber mehr Skills-Fordner-Plätze. Okay. Okay, ähm. Wo haben wir Leiche? Torso. Early Memories are overshadowed by... Lecker schmecker Torso. You are ever sodden... Okay, bin ich jetzt vollständig gehalten? Nein, noch nicht. Hab ich noch. So, Sammelfleisch, Eingeweide, verzehren. Okay. Okay. Okay, was hab ich noch? Da sind sie. Okay. Hab ich sonst noch was... Brauchst du ein Hemd mit Rüstungspunkten 3? Ja. Okay, wem soll ich das geben? Das ist scheiße geil. Mir. Hauptcharakter. Da. Okay. Hätten wir die Krokodile beklauen sollen? Nein. Das sind Krokodile. So, ich hab jetzt die Handschuhe zum Teleportieren. Gut. Das heißt, wir können jetzt in der Story so richtig loslegen. Wollen wir dich noch die Frösche killen? Ja. Ich kann auch, ich kann auch die, äh... Ja, die Tour, die da links oben war, hab ich mitgenommen. Weil die... Weil ich noch nicht hohen Geragen genug hab. Warte, ich würde kurz gerne meine Sachen auf der, äh... Angriffsliste ein bisschen ordnen. Das ist enorm viel Müll da ist. Ich hab super viele, äh, hier Skillrollen. Schön, dass ich Quellmagie habe, obwohl ich keine Quellmagie einsetzen kann. Ja, die hab ich auch auf der Liste. Ich nimm mir so, danke. Brauch ich voll. So, das... Und das... Okay. Hopps. Nein. Nicht so, das... Okay, gut haben wir es alles. So, ähm... Wir brauchen noch eine Schaufel. Wo war hier noch mal eine Schaufel, weißt du das? Nein. Wir sollten also diese beiden Sachen da ausgraben. Ja. Der Zwerg eine Schaufel? Nein. Hat... 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 Hat Myra eine Schaufel? Also... Was ist die Neue? Wir haben keine Schaufel. Schaufel. Wir werden umbrauchbar. Okay. In diesen Kampf-Dungeon wollen wir noch nicht rein. Du weißt, welch ich meine, oder? Was? Was? Den Kampf-Dungeon, da wollen wir noch nicht reinhalten. Bist noch da, oder? Was machst du denn? Ich rede grad mit einer Fotze, Mann! Ja, aber wie soll ich das denn wissen? Merken das nie, aber... Ja, es ist sehr kompliziert gleichzeitig zu lesen, während jemand mit dir redet. Du bist so... Ja, hast du meine Gehirnhälfte, oder was? Ja, ich sag dir, seit einer halben Still-Ewigkeit lasst du die Fröschen gehen und du so... Oh, eine Schildkröte! Ja, Schildkröte sind wichtig. Brauchst du, äh, brauchst du Dietriche? Nein! Nein, okay. Für letzte Mal meine Finger sind Dietriche. Okay. Brauchst du einen Bogen mit Stärke 5, 6? Nein. Ich hab irgendwas mit 9 oder so. Also für den Typen, für deinen Bogen-Schutz-Typen, Mann? Ja! Okay, gut. Gut. Oh, fuck! Äh, so... Ah, na egal. Magischer Ring, magische Rüstung... Schade, ich dachte ich krieg's gerade hin, dass ich einer den, äh... den, äh... den, äh... den, äh... den Heilschutz... äh... aufmache. Ist so lustig. Ne, es geht nicht. Ich dachte, man macht's auf und dann sterbt die Person. Ne, so funktioniert das nicht. Warte. Okay. Eine Ratte! Da ist eine Ratte! War wohl nur eine Ratte. War wohl nur eine Ratte. Das Blut... Das Blut! Na? Nein, wirklich nicht. Ja? Ach, verdammt. Okay, äh... Speichern. Überschreiben. Ja. So, gehen wir jetzt... Ich glaub das war ziemlich weit unten, ne? Das war in der... Das war in der... Das war in der Höhle. Ganz, ganz runter in der Höhle. Wollen wir, äh... Wollen wir schauen, ob wir, äh... mit dem, äh... Typen, mit diesem Typen, der hier alles zerfetzt hat, klarkommen? Alter, bringt uns um, ne? Ich hab... Ich hab ja diese Blume. Ich hab ja, äh... Ach, da so, ja. Dann red mit ihm und krieg ihn stecken. Ach, die Lea. Ich hoffe, das ist die Blume. Krassig. Ich bin hier ja schon meiner Nähe. Du, du, du. Jetzt, ein kleines Quere. Wo ist die Yara? Hm? Wollen wir mal anbieten? Die Kreature ging... Darling, dear. Die Kreature blenches die Plante. Du wirst nicht verstehen. Die Kreature beginnt, um... Fast, silente Teile schweben. Ich war ne Vorbereitung. Okay. Du, mein Ring... ...Heart... Okay, gut. Ja, gut. Kannst du jetzt den Scheiß nehmen, der da rumliegt? Ja. Aber da ist... absolut gar nichts. Ich hab einfach hier was geputzt. Äh... So. Leer, leer, leer. Einmal... Ein Arm. Den Arm möchte ich gerne haben. Und die Eingeweide hätte ich ganz gerne. Wollen wir versuchen, dich zu beklauen? Ja. Soll ich... Ah, ne. Du musst mit ihm reden, glaube ich. Ne, du kannst... Du musst... Das ist egal. Wenn er mich nicht umbringt? Okay. Ne. Okay, dann rede ich mal mit ihm. Okay. Er hat... Er hat nur ne Blume. Er hat nur ne Kack Blume. Klau die Blume. Nein, das ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Er stirbt nur hier so. Was ist der überhaupt? Hä? Was ist der überhaupt? Ähm... Er ist... Er ist... Er ist eins von diesen Experimenten, die sie in diesen Dungeons machen. Ach so. No. Die wollen quasi... Die wollten quasi diesen Key machen, aber er ist, glaube ich, weggelaufen oder so. Oh, hier ist es wichtig. Hier hat sie geile Handschuhe. Ah. Das ist der schwulste Satz, den ich je gehört habe. Ah, ich muss kurz die Aufnahme stoppen. Das ist irgendwie auch schon über eine Stunde. Und... Oh...